Wir beginnen jeden Tag mit Ritualen, mit Handlungen, die uns wertvoll sind und Dingen, die wir lieb gewonnen haben und denen wir vertrauen. Und so sicher wir diese täglichen Handlungen ausführen, so sicher bewegen wir uns dort, wo die vertrauten Dinge des Alltags ihre Herkunft haben. In unseren hochautomatisierten und teilweise autonom ablaufenden Intralogistikprozessen müssen wir uns auf die unbedingte Zuverlässigkeit und Sicherheit der eingesetzten Technologien verlassen können. Und dafür haben wir in den Firmen Gessmann und SICK zwei perfekte Partner gefunden, die auf allen relevanten Ebenen miteinander harmonieren und mit denen wir eine passende Gesamtlösung entwickelt haben. Wilkinson setzt bei der Automatisierung seiner internen Logistikprozesse auf den GasBot GB350. In erster Linie entlastet der GasBot unsere Anlagenoperatoren und übernimmt einen Großteil des Materialhandlings zwischen verschiedenen Prozessschritten. People First und Move Forward stehen bei uns im Fokus. Wir schaffen eine sichere, ergonomische und effiziente Arbeitsumgebung, damit sich unsere Kollegen auch langfristig um eine hohe Produktqualität fümmern können. Und genau diese Aufgabe haben wir uns gestellt. Wir sind in der Lage, sowohl unsere Software als auch unsere Hardware an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen und arbeiten dafür eng mit SICK und Wilkinson zusammen. Unser Team freut sich darauf, unsere Roboterlösungen in verschiedenen Abschnitten der Produktion und Logistik einzusetzen und damit zu einer effizienteren und optimierteren Arbeitsweise beizutragen. Seit über 90 Jahren kümmert sich Gessmann um die sichere Mensch-Maschinen-Schnittstelle. Wir sind sehr gut darin, Dinge in Bewegung zu setzen. Beispielsweise benötigt unser Gessbot keinerlei Zusatz- oder Hilfssysteme wie Magnetspuren oder Induktionsschleifen und dadurch kann er sich nahezu frei in seiner Umgebung bewegen. Das bedeutet aber auch, dass die eingebaute Sicherheitsmechanismen absolute Spitzenklasse sein müssen, sodass wir das Risiko von Unfällen mit Personen oder Kollisionen mit anderen Maschinen auf ein absolutes Minimum reduzieren. Deshalb setzen wir auf die Sicherheitslösungen von SICK. Bei unseren Komplettlösungen handelt es sich um integrierte Systeme, die alle Aspekte der Lokalisierung, Kollisionsvermeidung und der Personensicherheit abdecken. Natürlich stets mit Blick auf Wirtschaftlichkeit, Funktions- und Zukunftssicherheit. Damit unsere Kunden stets einen Schritt voraus sind, arbeiten wir unermüdlich an Innovationen. So implementieren wir gemeinsam mit Gessmann bereits die nächste Generation an 3D-Sicherheitssensoren und Steuerungstechniken. Und so schaffen wir gemeinsam mit unseren Partnern innovative Lösungen, die dafür sorgen, dass ich mich sicher und unbekümmert um meinen persönlichen Style kümmern kann. Immer, wenn es darauf ankommt.